What you know about rolling down in the... Dieses Lied ist so alt, Digger. Da war ich, glaub, noch flüssig. Naja, und damit wünsche ich euch heute einen angenehmen und extravaganten Start in dieses wundervolle und extravagante Neue. Okay. So, mein Lieber, dann hol mal Tiefluft und tief einatmen. Jedes Mal, jedes Mal dasselbe. Aber ich hab eine einzige Frage, man. Es gibt ja diese Hieropraktiker-ASMR-Videos auf YouTube. Und da frage ich mich wirklich, warum ist auf jedem Thumbnail und bei jedem Hieropraktiker-Video eine Frau mit so einem Gesäß? Ja, Mann, verstehe. Verstehe. Nur weil durchtrainierte Frauen da immer zu Hieropraktiker gehen, ja? Und ich mit komplett verkracktem Rücken, ich geh da nicht hin, oder? Ja, Mann, Alter, wenn Hans-Jürgen, der 50 Jahre ist, auch zum Hieropraktiker geht, weil der schon seinen Rücken komplett auf Baustelle gecrackt hat, der wird natürlich nicht gefilmt, weil es interessiert dann natürlich keinen. Ganz ehrlich, ich würd mir 10 Minuten Jürgen-ASMR auch geben. Es gibt zwei Dinge, die ich jeden Morgen machen muss, sonst kann ich nicht in den Tag starten. Nummer eins, mein Bett machen, das mach ich immer direkt nach dem Aufstehen. Ich kann mein Zimmer nicht verlassen, wenn mein Bett nicht gemacht ist. Ja, Bruder, mein Bett nicht gemacht ist. Ich hab wirklich jeden Morgen dasselbe Problem. Mein großes Problem jeden Morgen ist, aufzustehen. No joke, ich stelle meinen Wecker so auf 6.30 Uhr, auf 7 Uhr. Der klingelt. Ja, dann stehe ich halt so, keine Ahnung, kurz nach 12 oder so auf. Das kann nicht wahr sein, Digga, Alter. Das kann nicht wahr sein. Ich bin auch wirklich die Person, die so 20 Wecker sich auf einmal stellt. Und trotzdem verschläft. Und Nummer zwei ist meine Skincare. Die mach ich jeden Morgen und jeden Abend. Jede. Wirklich mit Abstand. Jede Influencer-Kooperation. Jedes Mal, Bruder. Wenn die irgendein Gesichtsprodukt bewerben müssen, ist es jedes Mal dasselbe. Ja, Mann, meine Morgenroutine. Jeden Morgen nach dem Aufstehen, dann geh ich ins Bad. Und da schmiere ich mir erstmal die nice Skincare von... ...Euzerin Dermopure Triple Effect Reinigungsgel. Ja, okay. Euzerin Dermopure Triple X360 No Scope. Das reinigt gründlich, entfernt Schmutz, Make-up. Ja, Mann, Alter. Wenn übernächste Woche nicht Euzerin, sondern Polzerin kommt, dann ist die Abends- und Morgenroutine anders. Weil dann benutzt die nicht mehr Euzerin, sondern Polzerin, Triple, Fortl, Quattro, Digga. Oh, ey. Jede Influencer-Kooperation. Jedes Mal dasselbe. Und überschüssigen Talg. Ja, danke, hol ich mir. Wie viele Bakterien sind auf der ekligsten Rolltreppe in ganz Deutschland? Ich muss ein bisschen leiser reden, weil hier direkt nebendran schläft ein Obdachloser. Und ich will den nicht wecken, aber wir werden da jetzt unsere Probe nehmen. Ja, also ich persönlich würde auch nicht, wenn hier ein Obdachloser schläft, einfach mal so ein Video drehen. Jo, Leute, was geht? Ich mache jetzt hier Bakterien von der Treppe, aber ich muss... Pssst, 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 pssst. Ich hoffe, der ist nicht wach geworden. Ich würde sagen, wir legen unser Ding jetzt hier drauf und fahren hier einmal mit runter, damit wir das ganze Band mit drauf haben. Du bist auch jemand, der holt sich ein Bahnticket und läuft dann und sagt, du hast die Bahn verarscht. Übrigens bin ich hier extra nachts an den Berliner Hauptbahnhof gefahren, weil hier dann niemand ist und ich hier ganz in Ruhe meine kleine Probe nehmen kann. Ja, Mann, ganz in Ruhe. Ich glaube, du bist nicht tagsüber gegangen, weil jeder dich dann auslachen würde. Mann, was ist denn das? Wer nimmt denn so eine Probe? Jo, Leute, was geht? Heute putze ich mal meinen Tisch. Boah, ist richtig sauber geworden, Mann. Audio Interior is better. No, BMW is better. Also, Digga, der vergleicht gerade wirklich Arsch mit Finger. Der nimmt hier irgendwelche Standard-Audi-Designs, irgendwelche Standard-BMW-Designs und dann nimmt der den Maybach. Also, verstehe mich nicht falsch. Wirklich, Mercedes hat wirklich meiner Meinung nach das beste Interieur. Wirklich LED, Lüftungsdüse, dies, das. Aber, Bruder, keine Ahnung, Mann, Alter. Der Audi kostet so wahrscheinlich maximal so... Ich weiß es nicht. Was ist das für ein Auto? 100.000 und der Maybach kostet das Vierfache davon. Ah, nee, Mann, alles klar, Digga. Das ist, wie wenn ich ein VW Tiguane mit einem Rolls-Royce Cullinan vergleiche. Ja, nee, Digga, Alter. Ist auf jeden Fall eins zu eins dasselbe. Rolls-Royce hat best Interieur. Blöd. Da ist bei Job. Ob du mich feierst oder auch nicht, ist mir egal. Ist mir egal. Schau auf die Klicks. Ja, okay. Zum 1.000.000. Ich geh viral. Ich geh viral. Ich will mal nur ganz kurz an dieser Stelle anmerken, dass viral gehen nicht immer was Gutes ist, weil man kann auch viral gehen. Ja, Bruder, Alter, guck mal den Typ an, Digga. Der ist ja auch viral gegangen mit seinem... Wie viele Bakterien sind auf der ekligsten Rolltreppe in ganz Deutschland? Blöd. Du sollst dich so lauf hören, doch ich hör nicht drauf. Denn mein Motto ist doch, ich geb ihn niemals auf. Ja, ich geb ihn niemals auf mit deinem 7 und 7 T-Shirt. Naja, das war's auf jeden Fall wieder mit dem extravaganten Video. Ich wünsche euch heute noch einen angenehmen Friday, Saturday oder auch... Ich hab tausende Probleme und ich geh sie mit dem Bein. Frag mich immer, wo du bist, obwohl ich weiß, es ist vorbei.